Es geht schon wieder ab auf den Berg. Ich habe eine Privatgondel für mich ergattern können. Juhu! Man muss nur unhöflich genug dreitaun, dann klappt das. Und ich treffe oben dann Ali, der ist schon hochgefahren. Ich bin nämlich verspätet 20 Minuten. Egal, Schnee ist genug da, wir werden schon noch was finden. Jetzt gibt es erstmal gesundes Frühstück. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Musik Hey, lass deine Wut woanders auf. Wir sind jetzt doch noch schnell in Stücke den schwarzen Kugel hoch. Weil es einfach so geil ist gerade und ja, da werden wir jetzt noch unterschätzen als letzte Abfall. Auch da runter, oder? Ja, da wird es einfach so geil ist. Ja, da wird es einfach so geil ist. Ja, da wird es einfach so geil ist. Ja, das war es mal wieder von unserem Skitag. Wir sind gerade noch beim Rausschupfen Richtung Aschau und dann geht es mit dem Skibus zurück zum Auto und nach Hause. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir hatten auf jeden Fall einen mega geilen Tag. Ihr freut uns natürlich über einen Daumen nach oben und abonniert doch gerne unseren Kanal. Was schimpft ihr da hinten? Alles zu verpfut machen. Oh Mann, es geht schon wieder weiter. Wie ein Kleinkind. Wo ist das? Wo ist das? Nein, ich habe meine Hex. Haha. Vielen Dank.